Welche Größen von Handgepäckkoffern sind zulässig? Auf diese Frage lässt sich leider keine allgemeine Antwort finden, da die Fluggesellschaften die Maximalwerte des Handgepäcks selbst festlegen können. Was kostet ein Handgepäckkoffer? Bei Handgepäckkoffern kann der Preisstrahl variieren. Je nach Qualität, Material und zusätzlichen Features. Es wird also für jede Preisklasse einen entsprechenden Handgepäckkoffer auf dem Markt geben. Wo kann ich einen Handgepäckkoffer kaufen? Einen Bordrulli kann man in Taschengeschäften, einigen Supermärkten oder Einrichtungs- und Möbelhäusern kaufen. Zudem bieten natürlich auch viele Online-Shops Handgepäckkoffer zum Verkauf an. Handgepäckkoffer oder Tasche, Rucksack? Diese Frage kann leider auch nicht pauschal beantwortet werden. Beide Gepäckstücke bieten Vor- und Nachteile. Was sind die Vor- und Nachteile eines Handgepäckkoffers mit vier Rollen? Der größte Vorteil eines Handgepäckkoffers mit vier Rollen im Gegensatz zu einem Modell mit zwei Rollen, ist der Komfort. Was sind die Vor- und Nachteile eines Handgepäckkoffers mit zwei Rollen? Ein Handgepäckkoffer mit zwei Rollen hingegen hat den Vorteil der Stabilität. Die fest eingebauten Inline-Skater-Rollen wirken beim Ziehen nur robuster. Weshalb sich der Trolley mit zwei Rollen besser für das Ziehen auf unebenen Untergründen eignet als ein Modell mit vier Rollen. Welche Vorteile hat ein Handgepäckkoffer mit Hartschale bzw. mit Weichschale? Ein Handgepäckkoffer sollte nicht nur bequem transportiert werden können, sondern vor allem auch seinen Inhalt unbeschadet ans Ziel bringen. Bei Bordrelease kannst du zwischen Modellen mit Hartschale oder Modellen mit Weichschale wählen. Darf man zusätzlich zum Handgepäckkoffer eine Tasche mitnehmen? Bei den meisten Airlines ist es Economy-Gästen erlaubt, zusätzlich zu ihrem Handgepäckstück einen persönlichen Gegenstand mitzuführen, also zum Beispiel auch eine kleine Handtasche. Was darf ich alles im Handgepäckkoffer mitführen? Im Handgepäck ist es prinzipiell verboten Dinge mitzuführen, die auch im aufgegebenen Gepäck verboten sind. Doch beim Handgepäck gibt es noch ein paar zusätzliche Einschränkungen und Verbote. Welche Möglichkeiten habe ich, wenn der Handgepäckkoffer zu groß oder zu schwer ist? Sollte sich am Flughafen herausstellen, dass dein Handgepäckkoffer größer ist als die von der Airline erlaubte Maximalgröße. Hast du noch die Möglichkeit meist gegen einen Aufpreis, deinen Koffer einzuchecken, Welche Größen von Handgepäckkoffern sind bei welcher Airline zulässig? Um dir die Suche nach den richtigen Maximalmaßen deiner Airline zu erleichtern, haben wir in der folgenden Liste die Maximalwerte einiger bekannter Airlines angeführt. Und wenn man wieder anbelangt, braucht man die nicht nur zur Verfügung, Und wenn man wieder anbelangt, können wir verändern,